Hallo und herzlich willkommen bei Häkeln mit Volldoser. In dem heutigen Video machen wir gemeinsam diese kleinen süßen Kantenhocker zusammen. Das sind super als Deko oder kleines Mitbringsel. Wenn ihr noch neu hier seid, abonniert gerne den Kanal. Das ist kostenlos und ihr verpasst keine Anleitungen mehr. So sehen sie aus. Alles was ihr dazu braucht, mache ich euch unten in die Infobox. So an Material, ja. So, wir beginnen von oben nach unten. Also wir fangen hier an bis runter. Wir starten mit Grün. So, machen einen Fadenring. Und in dieser Anleitung benutzen wir eine 3 mm Häkelnadel. So, wir machen einen Fadenring und häkeln jetzt in diesen drei feste Maschen. Wenn das geschafft ist, ziehen wir den Fadenring zu. So, und jetzt wird jede Masche verdoppelt. Das bedeutet, wir häkeln immer zwei feste Maschen in eine Masche hinein. Wir kommen jetzt auf eine Maschenanzahl von insgesamt 6 in dieser Runde. Den Anfangsfaden von unserem Fadenring ziehen wir uns jetzt etwas stramm und kürzen diesen. So, dann kann man das Ganze schon so etwas umstülpen. Dann lässt es sich jetzt besser weiter häkeln. So, ich schreibe mir jetzt noch ein anderes Stück Wollfarbe hier. So ein kleines Stück. Lehme mir das hier so rein als Maschen- oder Rundenmarkierer. Und es geht jetzt weiter mit einer festen Masche. Und in die nächste Masche machen wir wieder eine Verdopplung. Also, das heißt, zwei feste Maschen in eine Masche hinein. Das wiederholen wir komplett bis Rundenende. Also immer ein fester und eine Verdopplung. Ist das geschafft, Markierungsfaden wieder umlegen. Und wir häkeln jetzt in dieser Runde komplett eine Runde mit festen Maschen. Das müssten jetzt insgesamt neun feste Maschen sein. So, es gilt wieder den Maschenmarkierer rumlegen. Und es folgt eine Runde mit zwei festen Maschen und einer Verdopplung. Auch das wiederholen wir komplett bis Rundenende. Die nächste Runde folgt wieder eine mit komplett mit festen Maschen. Wir kommen jetzt auf eine Maschenanzahl von insgesamt zwölf. Ist das geschafft, geht es jetzt weiter mit in der nächsten Runde mit drei festen Maschen und einer Verdopplung. Zwei, drei und eine doppelt. So, das wiederholen wir jetzt komplett bis Rundenende. So, ist das geschafft, geht es weiter mit vier festen Maschen und einer Verdopplung. Drei und die vierte und eine doppelt. So, auch das wiederholen bis Rundenende. So, in der nächsten Runde geht es jetzt weiter mit fünf festen Maschen und einer Verdopplung. So, auch das wiederholen bis Rundenende. Nach dieser Runde folgt jetzt sechs feste Maschen und eine verdoppeln. So, auch das wiederholen bis Rundenende. Ist das geschafft? Folgt jetzt wieder eine Runde mit festen Maschen. Jetzt müssten ihr insgesamt 24 feste Maschen haben. Nach dieser Runde geht es weiter mit sieben festen Maschen und wieder einer Verdopplung. Wiederholen bis Rundenende. So, anschließend folgt jetzt wieder eine Runde mit nur festen Maschen. Insgesamt 27 Stück. So, immer einfach eine feste Masche reinhäkeln. Bis Rundenende. So, nun folgt eine Runde mit acht festen Maschen und einer Verdopplung. Auch das wiederholen bis Rundenende. So, jetzt folgt die letzte Runde. In der häkeln wir jetzt wieder immer einfach eine feste Masche in jede Masche. Ihr habt jetzt eine Rundenanzahl von insgesamt 30 festen Maschen. Ist das geschafft, beenden wir das Ganze mit einer Kettmasche. So, einfach durchziehen. Der Faden kann dann abgeschnitten werden und so rausziehen. So, der Markierungsfaden kann jetzt auch weg. Das ist jetzt unser Hauptoberteil schon. Es geht jetzt weiter mit dem Boden. Jetzt holen wir uns wieder unser Grün, machen einen Fadenring und häkeln in diesen sechs feste Maschen hinein. Den Fadenring dann wieder zuziehen. So, und es werden wieder alle Maschen verdoppelt, dass wir auf insgesamt zwölf feste Maschen jetzt kommen. Also immer zwei feste Maschen in eine Masche häkeln. Wir holen uns wieder einen Markierungsfaden, legen den hier rein und es geht weiter mit einer festen Masche und eine verdoppeln. So, das wiederholen wir komplett bis Rundenende. Ist das geschafft, Markierungsfaden wieder wie gewohnt rumlegen und es geht weiter mit zwei festen Maschen und einer verdoppeln. So, wiederholen das Ganze bis Rundenende. So, Markierungsfaden anschließend wieder rum und es geht weiter mit drei festen Maschen und einer Verdoppelung. So, auch das wiederholen wir bis Rundenende. Wenn das geschafft ist, machen wir hier einmal eine Kettmasche in die nächste Masche. Den Faden noch nicht abschneiden. Markierungsfaden kann raus. Ich merke das jetzt bei alles zusammen. Der Anfangsfaden kann man sich so ein bisschen einwickeln. Moment extra abzuschneiden. So, wir holen uns unser Hauptteil, legen so die Fäden nach innen, so, dass die schöne Seite nach außen zeigt. Setzen das hier an, gehen in die nächste Masche hier rein und stechen hier durch das Hauptteil oben. Also so durch alle Maschen hindurch, dass wir das so zusammenhäkeln können. Immer so durch beide, ja, Boden und Hauptteil. So, hier könnt ihr es gut erkennen. Also hier komplett aneinander häkeln. So. Das wird alles halt mit festen Maschen gehäkelt. So, das machen wir jetzt komplett hier außenrum. Wir lassen aber hier eine kleine Öffnung stehen, so circa zwei bis drei Zentimeter. So, so sieht das jetzt aus bei mir. Und wir füllen das Ganze jetzt mit Füllwatte auf. So, also hier könnt ihr ordentlich, ja, Füllwatte reinstopfen. So, darauf achten, dass das immer nur so in der Spitze halt ist, dass der unten der Boden sich nicht nach außen wölbt. Dann sitzt das später besser. So, mir reicht das jetzt auch schon an Füllwatte. So, das ist gut. Die Häkelnadel wieder rein und die restliche Öffnung weiter mit festen Maschen so zusammenhäkeln. So, das Ganze beenden wir dann so mit einer Kettmasche. Den Faden jetzt abschneiden und durchziehen. So, den kann man dann vernähen. So, einfach hier so gerade den Faden so reinziehen und abschneiden. So sieht jetzt schon unser Hauptteil aus. Es geht jetzt weiter mit den Armen. Dazu holen wir uns wieder grün, machen einen Fadenring und häkeln in diesen sechs feste Maschen hinein. So, ist das geschafft, ziehen wir den Fadenring wieder zu. So, und jetzt stechen wir in die erste Masche hinein und machen eine Kettmasche. So, es folgen jetzt weitere zehn Luftmaschen. So, also einfach so eine Luftmaschenkette. Den Faden dann etwas großzügig abschneiden und so rausziehen. So, das Ganze machen wir jetzt noch ein weiteres Mal und vernähen dann hier den Anfangsfaden. So sehen jetzt beide Arme aus. Also ich habe es schon vernäht, liege ich mir jetzt erstmal auf die Seite. Wir machen weiter mit den Beinen, also hier mit den Schuhen, fangen wir an. Wir machen uns wieder einen Fadenring und häkeln in diesen sechs feste Maschen hinein. So, den Fadenring dann wieder zuziehen. Es folgen jetzt drei Runden je sechs feste Maschen. Aber ich mache das so, dass ich mir jetzt einfach die Maschenanzahl zähle. Also 18 feste Maschen, wo ich einfach im Kreis häkle. Dazu häkle ich jetzt die ersten sechs. Ja, das sieht man immer schlecht mit dem schwarzen. Ziehe mir den Anfangsfaden stramm und kürze mir diesen. Dann kann man das nämlich noch super so umstülpen. So, und dann häkle ich die weitere zwölf festen Maschen. So. So, das Ganze beenden mit einer Kettmasche. Faden etwas großzügig abschneiden und durchziehen. So, den machen wir uns jetzt in eine Nadel. Ah ja, das ist immer so meine Schwäche. Wieder neu. Also ich muss mir unbedingt mal andere Nadeln zulegen mit einer größeren Öse. So, jetzt aber. So, und jetzt holen wir uns unser Häkelstück. Wir haben ja hier oben diese Öffnung, die wollen wir schließen. Dazu fällen wir jetzt immer in dieses vordere Maschenglied ein. So, und weben unseren Faden einmal rundherum durch jede Masche, durch das vordere Maschenglied ein. So. Wenn wir dann an dem Faden ziehen, schließt sich unsere Öffnung. Dann noch einmal so in der Mitte durchstechen, Faden draus ziehen und dann kann man das schon abschneiden. So, und dann sieht das vorne und hinten, ja, relativ gleich aus mit der Öffnung. Oder mit dem Anfang und Ende. Machen wir so. Das Ganze noch einmal. Hier habe ich jetzt das zweite Stück schon gemacht. Es geht weiter mit Braun. Holen uns unser kleinen Schuh und stechen hier mit der Häkelnadel so im hinteren Teil einfach so durch eine Masche hindurch. Holen uns unseren braunen Wolle und ziehen den einmal durch und machen auch hier jetzt eine Luftmaschenkette von insgesamt zehn Maschen. So, den Faden dann wieder, ja, ein bisschen großzügig abschneiden. So, der Anfangsfaden, ich mache mir immer so, ja, einen Knoten hier rein, dann hält das alles ein bisschen besser. Könnt ihr natürlich auch direkt vernähen, wie ihr wollt. So, ich mache mal einen Doppelknoten. So, das ist jetzt auch schon das Bein. Das Gleiche machen wir mit dem nächsten Schuh halt auch. So, dieser Faden wird dann noch vernäht. Ich mache den einfach so rein und schiebe den einfach einmal so durch den Schuh durch. Das reicht schon. So, dann abschneiden. Und dann ist das ganz gut so. So, das machen wir natürlich bei dem zweiten auch so. So, es geht jetzt weiter mit den Augen. Dazu holen wir uns weiß. Und machen einen Fadenring mit insgesamt fünf festen Maschen. Es wird der Fadenring nun wieder zugezogen. So, und wir schließen das wieder zu einem Kreis, indem wir in die erste Masche einstechen und eine Kettmasche ziehen. So, Faden großzügig abschneiden. Brauchen wir noch zum Annähen. So, und durchziehen. Der Anfangsfaden von unserem Fadenring jetzt ganz knappkantig abschneiden. So. So, das Ganze machen wir jetzt noch ein weiteres Mal. So, also fünf feste Maschen in einen Fadenring häkeln. So, jetzt habe ich das zweite auch schon fertig. Das kann jetzt auch erstmal auf die Seite. Und es geht weiter mit der Nase. Jetzt benutze ich jetzt hellrosa und mache einen Fadenring mit sechs festen Maschen. So. So, auch hier wieder den Fadenring zuziehen. Und es folgen jetzt zwei Runden je sechs feste Maschen. Auch hier zähle ich mir einfach wieder zwölf feste Maschen im Kreis herum. Ich beginne wieder mit meinen sechs festen Maschen. So, die mache ich immer zuerst, diese sechs festen Maschen, dass ich mir das gleich umstülpen kann. So. Also erst den Anfangsfaden dann wieder kürzen. So. Das Ganze so ein bisschen umstülpen. Und weitere sechs feste Maschen häkeln. So, auch hier beenden wir das Ganze wieder mit einer Kettmasche, schneiden uns den Faden großzügig ab und ziehen ihn so durch. So, auch hier werden wir wieder die Öffnung schließen, wie bei den Schuhen eben. Ja. Einfädeln. Ah, es hat mal funktioniert. So. Und jetzt immer hier ins vordere Maschenglied komplett rundherum alles auffädeln. Oder einwieben. So. Faden ziehen. Einmal so in der Mitte durch. Könnt ihr einfach hier hinten so rauskommen. Den Faden schneiden wir jetzt nicht ab. Den brauchen wir später noch zum Annähen. So, es geht jetzt weiter mit unserem kleinen Stern. Hierzu machen wir wieder einen Fadenring und machen fünf feste Maschen hinein. Dann wird der Fadenring wieder zugezogen. Wir machen in die nächste Masche eine Kettmasche, dass sich das zu einem Kreis schließt. Und jetzt folgen die Spitzen, indem wir drei Luftmaschen machen. So, drei Luftmaschen hoch. In die nächste Masche machen wir, also zurück häkeln, eine Kettmasche. Und in die nächste eine feste Masche. So, dann gehen wir hier in die nächste Masche hinein und machen wieder eine Kettmasche. So, so entsteht diese einzelne Spitzen. So, drei Luftmaschen hoch. Zurück häkeln mit einer Kettmasche. Einer festen Masche. So, und wieder hier in unseren, ja, Anfang eine Kettmasche. Dieses Prinzip wiederholen wir jetzt, dass jetzt insgesamt fünf Sternspitzen entstehen. So, also immer so rein. Drei Luftmaschen. Auf dem Rückweg häkeln wir eine Kettmasche. Eine feste Masche. Und gehen hier in die nächste Masche rein und machen eine Kettmasche. So, noch meine letzte Spitze. So, noch eine Kettmasche. Und das war es auch schon der Stern. Wir schneiden uns den Faden großzügig ab und ziehen ihn einfach durch. Hier braucht ihr gar nichts zu vernähen oder sonst was. Das Knoten wir nachher so an. So, also man sieht schön die einzelnen Spitzen. Wir holen uns jetzt unser Hauptteil, unsere ganzen Sachen, wo wir gehäkelt haben. Und fangen jetzt an, das Ganze zusammenzusetzen. Wir beginnen hier mit den Augen. Wie ihr sehen könnt, die nähen wir hier oben. Dicht nebeneinander gesetzt. So, ja, im oberen Teil ungefähr. Im oberen Drittel an. Danach folgt die Nase. Die platzieren wir hier direkt dicht, ja, ganz dicht unter den Augen. Ich lege mir die immer so etwas quer. Das könnt ihr natürlich gern machen, wie ihr wollt. So, ist die dran, geht es weiter mit den Armen. Hier orientieren wir uns an den Augen. So, hier in die Mitte ungefähr. Und nähen diese fest. Mir reicht das jetzt hier mit einem normalen Knoten. Solltet ihr das natürlich für Kinder machen, macht lieber einen Doppelknoten oder Dreifachknoten ein. So, und dann natürlich den Faden vernähen. So, das Ganze machen wir auf der anderen Seite auch. Sind die Arme dann dran, folgen die Beine. Auch hier orientieren wir uns wieder an den Augen. Achtet darauf, dass hier die Schuhe nach vorne gerichtet sind natürlich. So, und dann gehen wir hier unten in unser Boden rein. Und nähen diese genauso fest, wie unsere Arme. So. So, und der zweite kommt direkt dicht nebendran. So, wie ihr sehen könnt, so circa, ja, eine Masche habe ich dazwischen. So, es geht weiter mit unserem Stern. Also hier habe ich noch beide Fäden. Das lassen wir auch erstmal so. Wir holen uns unser, ja, Arbeitsfaden, wo wir als letztes benutzt haben. Und dann gehen wir hier oben zu, durch die Spitze von unserem Tannenbaum. Einfach so durch. Und dann kann man den Anfang, also der Anfangsfaden vom Fadenring, so, nehmen und das Ganze zusammenknoten. So. So, und der Doppelknoten machen. Und dann die Fäden hier so im Tannenbaum, so durchziehen und vernähen. Das Ganze mit dem zweiten Faden auch. So sieht es jetzt aus, ist alles schon geschafft. Es geht jetzt weiter mit den Augen. Hier benutze ich wieder, ja, mein super praktischer Stift. Wo ihr den herbekommt, also hier siehst du, es ist ein Perlenpen. Ich mache jetzt so langsam alles damit. Also die Augen, die Augenbrauen, den Mund. Dazu einfach für die Augen hier so dicke, schwarze Punkte aufsetzen. Dicht nebeneinander. Und dann ganz langsam den Mund. Wo ihr den herbekommt, das verlinke ich euch alles unten in der Infobox. Also ich bin wirklich überzeugt davon. Man hat auch wirklich ewig dran. Es ist unheimlich viel drin. So, also einen schönen lachenden Mund aufsetzen. Und hier oben mache ich mir noch zwei so kleinen Augenbrauen dran. So, jetzt das Ganze noch trocknen lassen. Also ich habe schon ganz viele von den, ja, Tannenbäumchen gemacht. Total niedlich, ja. Umso mehr, umso besser irgendwie sieht es süßer aus. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.